Kann man im Paradies ein Kind bekommen? Das ist umstritten unter den Gelehrten. Tatsächlich gibt es bei At-Tilbin die eine Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn ein gläubiger Mann und eine gläubige Frau im Paradies sich ein Kind wünschen, dann dauert die Schwangerschaft und die Entbindung der Frau nur eine Stunde. Nur eine Stunde und sie wünschen sich auch das Alter von dem Kind und dann wird es auch so alt sein, wie sie es sich wünschen.